Au. Runter Stein. Gucken, wie wir hier rauskommen. Sprungangriff? Hat glaube ich geklappt, da wird kein Schaden gemacht. Die Attacke ging durch. Au. Du bist voll nervig, kleiner Mann. Frau. Typ. Was? Du, komm her. Stein. Noch ein Stein. Hätte die größten Steine trotzdem reinnehmen sollen, auch wenn ich nur drei davon hab. Das läuft so gut. Oh. Ja okay, vielleicht hab ich nicht. Stein. Laufen. Laufen, 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 laufen. Einhähnige Modus Stein. Verzaubern, verzaubern. Nein, ach. Die Schütze, das jetzt? Schütze? Da rechts. Okay. Noch versucht zu schießen, ist okay. Ich regeneriere mich so lange, ist okay. Du bist hinter der Mauer, kannst gerade nicht schießen. Das waren zwei solide Treffer. Hau. Okay, weg, weg, weg. Ich werde alle 90 Steine verbrauchen. Ich werde sowas von alle 90 Steine verbrauchen. Mal kommen. Stamina. Oh oh. Weg, weg. Weg, weg. Okay. Okay, hier ist die Sackgasse. Gehe ich in die richtige Richtung? Ja, gehe ich. Okay, hier ist der Ausgang aus der Sackgasse. Stein. Hier könnte ich ihn eigentlich kurz bekämpfen. Oh, was machst du hier? Du sollst hier nicht sein. Dicke kommt gleich bestimmt von hinten, ne? Nee, er hat auch den langen Weg genommen. Gut. Oh, ne schwere Attacke mit vielleicht mehr Durchschlag von der Rüstung oder so. Du wartest echt darauf, dass dein Kollege dich mit der Fernkampfattacke unterstützt. Du bist so ein Feikel. Feikel in der schweren Rüstung und Turmschild. Das bist du. Hau mich. Oh oh. Was? Nein, 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 nein. Nein! Das war sch... Papp, 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 papp. Okay. Wir müssen ihn auf jeden Fall als letztes töten. Weil, wenn er sich anfängt zu heilen, werde ich es nicht schaffen, ihn schnell genug komplett zu töten. Weil ich ja durchgehend beschossen werde. Ja, ein sehr schöner Kampf, sehr schöner Kampf. Und ich habe halt gelernt, dass ich ihn nicht fokussen darf. Also wir töten zuerst diese Grabräuberin mit den zwei Schwertern, dann die Bogenschützin und dann ganz am Ende ganz langsam mit zigtausend Stich... Was bist du? Äh, mit zigtausend Sticken, denn den Habel verschnitt. Ich hätte aber ganz gerne vorher... Dich raus. Dich raus. Dich lass ich mal drin. Dich packe ich rein. Ah, stellt viele TP wieder her. Stellt viele TP her. Stellt viele TP her. Stellt TP über einen langen Zeitraum her. Stellt eine Menge TP allmählich her. Hau mal alles da rein. Getrocknete Wurzel. Davon haben wir ziemlich viele. Und dann nehme ich dich jetzt raus. Was ist die Beschreibung von den kleinen Steinen? Stellt ein wenig TP her. Okay, den kleinen nehme ich jetzt... Ne, ich nehme ihn nicht raus. Ich sollte ihn nur nicht benutzen. Nicht so häufig. Ja, okay. Also das gleiche wie eben. Ich bin fast versucht, nochmal eine Human Affiliate zu benutzen. Das tue ich auch. In der Hoffnung, dass ich jetzt halt 10% mehr Lebenspunkte habe. Die mir dann gleich weiterhelfen. Noch irgendetwas, was ich in Quick Slot stopfen könnte. Warte mal. Also wenig. Muss ich doch hier gucken. Viele TP. Menge TP. Was ist eine... Ist Menge mehr als viel? Menge ist... Egal. Stellt... Das ist nur Mittelding. Über einen langen Zeitraum. Langer Zeitraum ist auch nicht so gut. Naja doch. Es deckt ja wahrscheinlich mit dem schnellen. Und du stellst einfach nur auf TP her. Ja gut, muss ich mit rum experimentieren. Also ich denke, die getrocknete Wurzel esse ich dann fast gleich am Anfang. Damit ich hoffentlich über einen sehr langen Zeitraum... Langer Zeitraum und allmählich. Das ist doof übersetzt. Also ich esse die Wurzeln relativ schnell, damit ich halt immer regeneriere. Auch wenn ich weglaufe und im Kreislaufe und so. Und dann versuche ich es mit den kleinen Steinen. Und wenn die kleinen Steine vermutlich nicht reichen, dann benutze ich das da oder das da. Ne, ne. Das da oder das da oder das da. Das kommt auch mal mit rein. Das sind viel zu viele Symbole. Das wird im Kampf... Das werde ich alles einfach instant runterschlucken und hoffen, dass irgendwas das richtig ist. Also du geh wieder auf den Einhandmodus. Der Zweihandmodus hat übrigens recht gut geholfen bei dem Hammerschwinger. Das ging ganz gut. Die große Zauberwaffe konnte ich übrigens auch ziemlich häufig neu zaubern. Allgemein habe ich ja immer genug Phasen, wo ich halt zickzack laufen kann und dann Zauber sprechen kann. Das heißt... Da muss noch was ich feder. Das heißt, ich sollte doch noch mehr Zauber reinbringen, die mir irgendwas helfen. Also wenn ich eine Ruhephase habe, dann zauber ich ganz kurz. Und zwar irgendwas, was mir gut weiterhilft. Was haben wir denn da so? Der Radbarat-Tool-Zauber? Ne, da habe ich das Pulver für. Das brauche ich nicht. Das Ding brauche ich nicht. So, ich habe jetzt zwei Slots für noch irgendwas, was mir helfen könnte. Die Kugel über meinem Kopf zum Beispiel. Die helfen. Definitiv. Dann... Explosive Wucht hilft nicht. Kann ich Zauber ihre Hälften nicht. Kann ich noch nicht. Kann ich nicht. Pyromantie. Oh. Ähm... Was? Nimm das mal rein. Mal gucken. Vielleicht hält es länger. Vielleicht macht es die Art von Schaden gegen die, die die anderen da anfällig sind. Muss ich gucken. Nachklingendes Fleisch. Achso, das waren diese Seelenkaufdinger. Ne, das will ich nicht. Ne, das will ich nicht. Ne, die anderen Sachen nicht so. Seelenfokus, Lichtschneiden. Kann ich mich vor denen verstecken? Stille? Nein. Ja, ich glaube ich nehme einfach nochmal die Kugeln. Ein bisschen... Also ich könnte auch einen Seelenspeer nehmen, aber ich könnte nur zweimal zaubern. Und da wird nicht sehr viel Schaden machen mit dem Schild, denke ich. Aber gerade am Anfang... Ne, nehme die Kugeln. Damit kann ich besser arbeiten. So, achtmal die Kugeln. Das heißt, wir versuchen Piks, 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 weglaufen, hinter der Mauer, zickzack, was auch immer. Wenn ich kurz Zeit habe, Kugeln zaubern, damit ich beim nächsten Angriff noch so ein bisschen extra Wumms habe. Und im Idealfall den Gegner zum Straucheln bringe. Was bisher aber noch nicht wirklich geklappt hat. So ein Doom. Ja, ich kann nicht echt zaubern. Mit dem Schild anscheinend. Krasses Schild. Sehr krasses Schild. Aber ich will das Ding vorher testen. Das heißt, ich mache es einfach mal hier, weil wir haben ja vier Aufladungen. Zack. Okay. Guck mal, wie lange das Ding hält. Und ich brauche einen von euch als Versuchskaninchen. Guck mal, ja. Ich glaube, wir brauchen vorher glatte drei Stöße. Ja, so wie jetzt. Hm. Dann müssen wir gucken, wie es bei den drei Minibossen da ausschaut. So, hier runter. Nicht zu oft treffen lassen, dass wir es gleich echt versteinert. Das lief letztes Mal wesentlich besser. So. Wow. Ja, das lassen wir definitiv erstmal ausgehen. Also sieht schick aus. Weiß halt nicht, wie viel es bringt. Achso. Und ich habe vielleicht auch einen zweihändigen Modus versucht, die anzuhalten. Achso, du bist der Fernkämpfer. Ja, nee. Du kannst schön da bleiben. So. Und da. Weiß. Okay, das war zweimal eine schwere Attacke. Aber ja, da mit diesen Hammertypen... Kann ich mir... Das war jetzt nicht sehr cool. Ich gehe erstmal weg vom Wurm. Weg vom Schildkröten. Heil dich. So. Und jetzt die Ritter. Das war schwer und leicht. Leicht, leicht. Okay. Stein. Und die Verzauberung ist auch weg. Versuche ich trotzdem gleich mal. Also erstmal kurz hoch regenerieren. So. Ich hoffe mal der Effekt von der Wurzel hält auch noch bis nach drüben. So. Jetzt gib ihm. First Blood. Ich weiß nicht, wer es bekommen hat. Aber einer hat gelootet. Also beide haben gelootet. Da bist du. Dich will ich nicht. Du bist doof. Du heilst dich und hältst viel zu viel aus. Da ist der andere hinter dir. Ja. Oh. Gut soweit. Gut soweit. Oh. Oh. Steinchen. Reicht alles soweit. Pfeil müsste auch gleich kommen. Ja. Da ist der Pfeil. Weg. Weg. Stein. Da ist hoch. Weg. Also wenn dieses komische Kraut da funktioniert, dann merke ich davon nichts. Weil die Regeneration ist jetzt glaube ich noch von dem Stein. Nein. Nicht gerade. Du schön wieder Fernkämpfer. Nein. Nein. Oh. Genau. Andere Seite. Kamera weg. Ich will schön möglichst viele von diesen Schalagmiten hier vor mir haben. Nicht du. Du. Verzauberung ist weg. Ne. Das werde ich nicht. Geh. So. Nicht dich in der Statue fängen bleiben. So. Ich hoffe mal da oben kommt mir jetzt keiner entgegen. Okay. Zweihändig. Da seid ihr. Oh. Sehr schön. Ist gleich kaputt. Stein. Oh. Blutung. Nicht gut. Nein. So. Bin ich. Da lang. Oder? Ja. Da lang. Hier ist der Gasse. Stein regeneriert. Stein regeneriert. Stein regeneriert. Da kommst du. Du musst auch sterben. Oh. Ja aber nicht mich töten. Das ist nicht schön. So. Lauf, 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 lauf. Stein. Wo ist die, die ich töten möchte? Ist nicht bei dem Geschmeiß, oder? Doch bist du. Da. Okay. So. Komm, versuch mich anzugreifen. Versuch mich anzugreifen. Versuch mich anzugreifen.